Servus liebe Trader, heute möchte ich euch zeigen wie ihr mit dem Aktien-Screener in wenigen Schritten Qualitätsaktien am 52 Wochen hoch finden könnt. Spannend ist das vor allem deswegen, weil wir gerade eine insgesamt angeschlagene Marktstimmung haben, so aber vor allem Titel gefunden werden können, die sich gut für langfristige Investitionen eignen und jetzt auch charttechnisch gerade wieder neue Kaufsignale generieren. Und da gibt es gerade sehr spannende Titel, ich zeige euch wie ihr ein solches Screening-Template erstellt und dann dieses hier auch am Trading-Desk als Kursliste öffnen könnt, um die tägliche Aktiensuche zu beschleunigen. Alles was ihr dafür braucht ist das Abo zur Börsensoftware, wir wechseln hier vom Trading-Desk zunächst zum Tool Aktien-Screener, indem wir einfach mit dem Cursor über das TraderFox Logo gehen, dann können wir das Tool hier auswählen, sind hier auch schon eingeloggt und können jetzt hier mit einem Klick auf Neu ein völlig neues Screening-Template erstellen. Alles was wir machen müssen, wir wählen zunächst ein Aktien-Universum aus, zum Beispiel die 2000 größten US-Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung, MC steht hier immer für Market Cap und dann können wir einfach hier schon bei Fundamental zum Beispiel den TraderFox Qualitätsscore nutzen, den wir hier unten finden können und bei dem wir sagen, wir wollen, dass zumindest 11 von 15 möglichen Punkten erfüllt sind, alle anderen Aktien werden sofort herausgefiltert, zusätzlich wollen wir aber Aktien, die bullish unterwegs sind, deswegen auch technisch ein möglichst geringer Abstand zum 52-Wochen-Hoch. Da haben wir Abstand vom Hoch und sagen hier einfach mal maximal 0 bis 5%. Wir wollen das hier wirklich eingrenzen und nur die besten Kandidaten sehen, die wirklich jetzt gerade an den Hochs notieren, klicken auf Scannen und bekommen sofort die Auswahl. Und von diesen 2000 US-Aktien bleiben im Endeffekt jetzt 166 Titel übrig. Wir haben sofort die wichtigsten Kennzahlen eingeblendet, also den Qualitätsscore bei Walmart, zum Beispiel 12 von 15 möglichen Punkten, schöne relative Stärke vom Einzelhändler, die seit den Quartalszahlen aufgebaut werden kann, der Abstand vom Hoch gerade 0,6%. Es gibt aber nicht nur Aktien, die schon gut gelaufen sind, sondern die sich insbesondere jetzt auch während der aktuellen Korrektur im Technologiesektor gut behauptet haben und jetzt auf neue 52-Wochen-Hochs oder im Fall von Oracle auf Allzeithochs ausbrechen können. Wir können das überprüfen, indem wir einfach jetzt zum Beispiel hier auf den Namen der Aktie draufklicken. Wir kommen sofort wieder zum Trading-Desk zurück, haben alle wichtigen Informationen sofort zur Verfügung. Die Infobox ist mit Oracle geöffnet. Wir sehen hier 419 Milliarden Dollar Börsenwert, vor allem aber auch die Kursindikation, die vorbörslich ein Gap-Up und somit das Ende einer seit Juni laufenden Seitwärtsbewegung besiegeln könnten. Die Aktie dürfte auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Und das ist vor allem deswegen spannend, weil Oracle sich ja immer mehr zum Cloud-Unternehmen wandelt. Das Cloud-Infrastruktur-Geschäft über Oracle Cloud Infrastructure konnte um 45% wachsen. Man hat zuvor bereits angekündigt, in diesem Jahr, im neuen Fiskaljahr 2025, das jetzt läuft, soll sich das Wachstum in diesem Bereich auch von Quartal zu Quartal weiter beschleunigen. Das ist jetzt gelungen, also von zuletzt 42% auf 45% und geliefert wird wie bei Software-as-a-Service einfach Zugang zu Rechenpower, gemeinsam auch mit NVIDIA, um zum Beispiel KI-Anwendungen zu trainieren, dann auch zu betreiben. Oracle sieht sich hier vor allem mit seinen autonomen Datenbanken sehr gut aufgestellt, bringt auch eigene Softwarelösungen auf die Oracle Autonomous Database, will so die Cloud-Kostenersparnis von 50% erreichen und hat vor allem eine Partnerschaft auch mit EWS angekündigt, um diese Datenbank den Amazon-Cloud-Kunden zur Verfügung zu stellen. Das wird immer wichtiger, weil sie einfach mehrere Clouds nutzen möchten. Das wird so vereinfacht. Und ein Schlüsselsatz war eben auch, dass der Auftragsbestand sequentiell verbessert werden konnte, obwohl es im ersten Quartal saisonal betrachtet in den letzten fünf Jahren immer einen Rückgang gegeben hat. Man hat derzeit 162 Rechenzentren, sieht auch diese Datenbanken die Automatisierung als Schlüssel, um eine Skalierung zu ermöglichen und künftig dann 1000 bis 2000 Rechenzentren zu verwalten. Immer noch übersteigt die Nachfrage das Angebot und Oracle scheint mit einem KGV von 24 immer noch angemessen bewertet, insbesondere wenn man die Wachstumsbeschleunigung, neue Partnerschaften berücksichtigt. Also hier läuft es weiterhin sehr gut und man findet diese Aktie eben sehr schnell mit diesem Screener-Template. Spannend sind da aber auch ganz andere Branchen, wie zum Beispiel die Aktie von Striker, die jetzt auch gerade wieder am Allzeit hoch notiert, kurze Verschnaufpause im Bereich der 360-Dollar-Marke. Wir können da zum Beispiel auch sofort den Qualitätscheck abrufen. Hier gab es am gestrigen Handelstag auch nochmal eine Kurszielanhebung. Wolf Research hat dafür das Ende des nächsten Jahres ein Kursziel von 405 Dollar ausgerufen. Sieht Striker vor allem breit aufgestellt als Nummer 1 weltweit im Bereich Orthopädie. Da hat man auch das Makro-Roboter-System für Hüft- und Knie-Operationen, wo man weltweit einzigartig positioniert ist. Hat zuletzt auch wieder über Rekordinstallationen berichtet. Möchte in diesem Jahr das System auch für Wirbelsäulen und Schulter-Operationen verfügbar machen. Und da sieht man jetzt eben auch die Vorteile dieses langfristig wirklich sehr robusten Geschäftsmodells. Wenn man hier jetzt wirklich den Big Picture Chart aufmacht, seit 1981 geht es wie an der Schnur gezogen nach oben. Jetzt kommt gerade erst durch künstliche Intelligenz der Durchbruch bei Roboter-Systemen. Und in der Chirurgie ist kaum jemand so gut aufgestellt wie Striker. Vielleicht nur noch eine Intuitive Surgical. Die findet sich zufälligerweise auch gerade hier in diesem Ranking auf Rang 19. Auch absolute Qualitätsaktie. Und das ist eben auch eine Bestätigung dafür, dass es in diesem Wachstumsmarkt auch gerade sehr gut läuft. Jetzt aber zu Striker. Wenn ihr den Qualitätscheck sehen wollt, dann klickt einfach hier auf Visualizations. Dann könnt ihr ihn hier sofort auswählen. Ihr seht sofort einen direkten Vergleich mit den anderen 2000 US-Aktien. Denn Striker zwar nicht mehr günstig bewertet, dafür gibt es hier einen ganz klaren Burggraben. Stabile Wachstumsraten. Und das macht das Unternehmen eben auch für langfristige Manöver sehr interessant. Man sieht es auch immer hier ganz gut. Qualitätscheck. Wie gut ist die Aktie zum Investieren geeignet? Und jetzt eben auch kurzfristig charttechnisch vor einem möglichen Kaufsignal. Ich habe schon angekündigt, ihr könnt dieses Screener-Template auch immer sofort abspeichern. Wir machen das jetzt hier mit einem Klick auf Speichern als. Ich nenne es Quality am Hoch. Klicke auf Speichern. Haben es dann hier beim Aktien-Screener sofort im Dropdown-Feld immer zur Verfügung. Können aber auch am Trading-Desk, wenn wir ihn aktualisiert haben nach dem Speichern, dieses Template auch als Kursliste immer sofort öffnen. Und dazu könnt ihr jetzt hier am Trading-Desk entweder auf das Lupen-Symbol klicken oder unter der Schaltfläche Screener entsprechend den TraderFox-Screener öffnen. Und dort habt ihr dann, wenn ihr ein Template geöffnet habt, die Möglichkeit auch wiederum das Dropdown-Menü zu öffnen und dort unser gespeichertes Template-Quality am Hoch abzurufen. Auch dann werden sofort Echtzeitberechnungen durchgeführt und ihr habt die Möglichkeit hier direkt am Trading-Desk alles durchzusehen und hier mit dem Kurslistensymbol das Ganze auch so zu öffnen, weiter zu bearbeiten, die Watchlist zu pflegen, Kurslisten-Alarme zu aktivieren und so die stärksten Qualitätsaktien immer im Blick zu haben. Alles was ihr braucht, wie gesagt, das Abo zur Börsen-Software. Die Informationen zum Abo gibt es wie immer auf der Startseite auf TraderFox.com. Schaut am besten einfach auf Applikationen. Dort habt ihr alle Tools, die in Abo mit drinnen sind, nochmal ausführlich erklärt. Vom Trading-Desk bis zum Aktien-Screener. Ich verlinke euch wie immer aber einige passende Anleitungsvideos in der Videobeschreibung. Und wenn ihr die Übersicht zu den Abos haben wollt, geht auf die Startseite, scrollt nach unten, dort gibt es die Zusammenfassung. Die TraderFox Börsen-Software ist aktuell für 29 Euro im Monat erhältlich. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Screenen und dann viel Erfolg beim Handeln der besten Qualitätsaktien.